Ja Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Awakening. Wir befinden uns in Dragos Ruhr, haben beim letzten Mal dem Architekten unsere Unterstützung zugesagt, beziehungsweise uns mit dem Architekten verbündet, weil mir seine Argumente und weil mir seine Ziele unterstützenswert erschienen. Und übrigens auch immer noch erscheinen. Da hat sich nichts dran geändert seit der letzten Folge. Gewand von Urtemiel. Ah ja. Oh, oh, oh. Überwind. Hat überhaupt irgendwen getroffen oder standen die alle zu weit weg? Muss man den Alpha-Schlüpfling da umlatzen? Anders. Weil bei Orgrin sieht schon wieder nicht so gut aus. Orgrin ist zerbrechlich. Wir wären mit einem reinen Tank, wären wir sicherlich besser bedient. Aber ich wollte es dieses Mal so, dass wir die, dass wir die Charaktere auch so skillen, wie sie vom Spiel eigentlich vorgesehen sind. In Origins hatte ich ja die Mod installiert, dass ich bestimmen kann, konnte, wer, na, dass quasi alle verteilten Punkte resettet sind. Ich konnte die Klassen neu verteilen, die Spezialisierung und ich konnte alle Fähigkeitenpunkte neu verteilen. Und ich konnte also alles neu verteilen. Aber selbstverständlich. Oh. Haben wir die Lähmung. Sind das zwei? Moment. Hast du sie jetzt schon losgeschickt? Ich hoffe nicht. Was jetzt? Los, greif an. Müssen wir doch nochmal die Einzellähmung rausholen. Der Oga hat widerstanden. Aber wir haben ja zum Glück unseren Tankiebär. Der hier Schaden frisst, wie sonst noch was. Und ich glaube auch gerade von anders geheilt wurde. Aber warum auch nicht? Ich bin erfreut. Ja, ich freue mich auch tierisch hier zu sein. Es ist einfach toll. Es ist immer wieder schön hier. Und so wird es geschehen. Urlaubsziel Dragos Ruhe. So. So, jetzt kommen wir noch tiefer runter. Da unten ist wahrscheinlich wieder so ein, genau das ist ein T-Winterturm. Also hier unten ist einfach wieder die Aussparung für die Kristalle. Und da haben wir dann jetzt wahrscheinlich noch so ein Turm. Dann haben wir alle vier aktiviert. Und dann dauert es auch nicht mehr lang, bis es zur Mutti geht. Wer hat uns denn da umgestoßen? Und warum überhaupt? Also bei Anders der Geistschaden, der mächtig erhöhte, der mächtig gewammte, das ist schon richtig stark. Wirklich, wirklich, richtig stark. Das merkt man schon immer. Wie schnell da gelbe Gegner fallen und Schaden fressen, das ist schon bemerkenswert. Ich wollte gerade sagen, was kriegt ihr da für eine Attacke ab? Aber das ist einfach nur ein Licht. Lass mal eine Fanjel in Ruhe, du Kackfeech. Ich sehe nichts. Wer will sich kurz ausruhen? Hier wird sie nicht ausgeruht. Wir müssen zur Mutti. Heim zur Mutti. So, was steht da unten noch für eine Fatzke? Ketzerischer Jünger. Und solange wir nicht von irgendwem überwältigt werden, sind wir einfach unaufhaltsam. Da hat auch schon seinen Schiffenausstieg. So, Alpha-Larve der Kinder mit einem Granat. So, und dann Fleischbeutel. Fleischbeutel. Kristall. Das war zu erwarten. Ja, ich freue mich immer, wenn du dich freust. Alle freuen sich. Es sollte sich viel mehr gefreut werden. Noch ein Kristall für uns. Sollten wir aber langsam mal genug haben, oder? Zack. Zack. Aber selbstverständlich. Zack. Zack. Ich sage es schon mal gleich. Quest absolviert. Wir haben alles. Okay. Ich werde diese Teile wahrscheinlich gar nicht einsetzen, weil ich wahrscheinlich überhaupt nicht dran denke. Aber ist auch egal. Du hast die Kristalle in den Aussparungen in den Ruinen angebracht und dadurch drei Relikte des Reichs von Tevin da reaktiviert, die dir bei deinem Kampf gegen die Mutter nützlich sein könnten. In der Tat könnten sie das auch nur. So, Orgrin kriegt noch drei in Stärke, ist damit bei 99 und kriegt noch einen Punkt in den Geistkrieger. Oh, und wir sind hier tatsächlich. Wir sind hier tatsächlich bei Mutti. Ich hacke nochmal auf die F5-Taste und dann gucken wir mal, ob das jetzt schon direkt der Bosskampf ist. Ich weiß es gar nicht. Oder ob wir jetzt noch ein bisschen Dungeon haben. Ich kann es euch nicht sagen. Offenbar ist es direkt der Bosskampf. Gebiet freigeschaltet, das Nest. Na dann wollen wir mal. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Nun, fügt sich alles zusammen. Der graue Wächter kommt, das Werkzeug des Vaters. Oh, und der Vater ist nur ein Schatten. Wie gut, meine Kinder nicht doch beschützen. Wie sehr sie mich lieben. Ich habe dir oft genug gesagt, Mutter, dass ich nicht der Vater bin. Ich bin einfach nur der Architekt. Ein Name ändert nichts daran, wer du bist. Du hast uns die wundervolle Musik gestohlen. Du hast uns alles genommen. Es war ein Fehler, dich zu befreien. Es hat dich in den Wahnsinn getrieben. Ich bedauere es zutiefst. Äh, hehehe, 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 na gut, ich vertraue ihm. Also Antwort 2 wäre ein bisschen hochgegriffen. Selbst wenn sie nicht wahnsinnig wäre, ist die Mutter einfach... Ne, wir sagen das Erste, weg damit. Ah, aber sollte der Wächter denn nicht erfahren, dass es der Vater war, der die Verdachtnis entfesselt hat? What? Wollt ihr wissen, wie der Erzdämon entstanden ist? Er, der alle unserer Art an die Oberfläche geführt hat. Er hat es getan. Der Vater. Oh, verdammt. Da hat sich wohl jemand gründlich getäuscht. Äh, nun sind wir also doch an diesem Punkt. Wie bedauerlich. Ich habe den alten Gott Urthermiel gefunden. Aber ich wollte keine weitere Verdärbnis. Also habe ich mein Beitrittsritual versucht. Ich hatte gehofft, dadurch die gesamte dunkle Brut befreien und den Fluch an seiner Quelle auflösen zu können. Es kam jedoch anders. Ja, und anders. Kämpf gleich gegen dich, du Hayopai. Äh, ja. Frage 1 ist sehr gut. Hängt ihr jemals über die Konsequenzen eurer Handlungen nach? Entspricht es nicht der Lebensweise der grauen Wächter, alles zu tun, was getan werden muss, um die Verderbnis zu bekämpfen? Ja. Jede Verderbnis ist eine Bedrohung, sowohl für euer Volk als auch für meines. Um dem ein Ende zu machen, sind Opfer und Risiken nötig. Und wie einsam der Vater doch war, wie schrecklich es war, der Ausgestoßene zu sein, der Außenseiter. Er behauptet, er will Freiheit für die dunkle Brut. Aber in Wahrheit will er sie verbessern. Unabhängig davon, wie ihr meine Taten bewertet, dürft ihr nicht vergessen, dass die Mutter wahnsinnig ist. Ihr dürft ihr nicht erlauben, ihre... Verschwinde, Schatten! Du kannst der Mutter dich noch mehr allein zufügen, als du bereits getan hast. Und jetzt ist der Held ganz allein. Oh, die Mutter weiß, was ihr denkt. Ihr könnt sie nicht in Frieden lassen. Oh, nein. Nicht nach dem, was sie getan hat. Also muss es enden. Alles muss in sich zusammenstürzen! Vielleicht werden wir das Lied wieder hören, wenn wir sterben. Oh ja, lass das erklingen. Lass das erklingen. Oh! Oh! Spezialfähigkeiten. In dieser Schlacht hast du Zugriff auf Spezialfähigkeiten, die durch die neuen Symbole auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt werden. Du kannst eine Fähigkeit einsetzen, indem du einen Linksklick auf das entsprechende Symbol machst. Verlangt eine Fähigkeit ein Ziel, musst du dieses auswählen und dann erneut einen Linksklick machen. Klingt einfach. In der Zwischensequenz ist mir eben aufgefallen, dass Nathaniel und ich aussehen, wir sehen aus wie Brüder. Wir sind Brüders. So, was kommt hier aus dem Boden? Riesiges Tentakel. Riesiges Tentakel. So, ich platziere euch zweimal hier hinten. Und Ogre und ich kloppen mal aufs erste Tentakel. Ich meine mich zu erinnern, dass hier auch noch Gegner kommen. Wir hatten hier Betäubung. Hier haben wir Verbünde zu heilen. Genau, hier hatten wir den Scheiterhaufen, den werde ich nicht einsetzen, weil Friendly Fire und so. Einzelne Ziele mit Feuer attackieren. Okay, aber wahrscheinlich werde ich, wenn überhaupt, dann mal die Heilung einsetzen. Mal gucken, ob ich dran denke. Wir werden sehen. Jetzt lassen wir erstmal laufen. So, ihr könnt erstmal nach hier hinten. Anders mit drauf. Und du auch mit drauf. Gut, anders stand da. Scheiße. Ogren, Ogren, Ogren. Ich sehe mich überhaupt gar nicht, aber ich kümmere mich hier um die Tentakel. Das ist schon mal nicht schlecht. Hat Ogren gerade so ein Ding geschlürft? Ist ja nicht zu fassen. Steht da eigentlich, kann einen Verbündeten heilen? Nein, die macht Verbündete zu heilen. Okay. Was jetzt? Und eigentlich nicht. Ogren steht da einfach echt beschissen. Gehen wir kurz da weg. Ich probiere das jetzt mal aus. Vielleicht kann ich es nur einmal einsetzen. Cool. Offenbar kann ich jedes nur einmal einsetzen. Ich würde gerne erstmal die Tentakel unboxen. Und dann würde ich Ogren gerne das Tentakel bearbeiten lassen. Ja, du gehst auch noch auf das und du gehst auch noch mit auf das. Okay. So, jetzt haue ich das mal um. Dann hälte ich bei dem noch mit. Und jetzt kommen nämlich Larven. Mir war nämlich so. Die sind zwar nicht wirklich, die halten nicht viel aus und haben nicht viel drauf. Aber es sind halt mega viele. Es sind halt mega viele. Ja, die sind, die sind halt, bei uns sind die Two-Hits. Anders kriegt gerade ziemlich was ab. Ich mache die mal wieder auf frei. Dann laufen die nämlich auch weg. Wo bin ich denn? Gut, anders hat sich gerade selbst geheilt. Ich muss die beiden erstmal anders vom Hals schaffen. Hier spielt die Musik. Und jetzt spielt die Musik hier. Hier, wie gesagt, hier, da. So, und jetzt kommt natürlich noch mehr. Ich glaube, ich konzentriere mich mal auf die Mutti. Ich klatsche jetzt einfach die Mutti um. Boah, Ogryn kriegt schwer auf die Fresse. Wo ist er denn? Ogryn? Da vorne, mitten, mitten bei. Mitten bei. Friss nochmal so. Haben wir nicht einen starken Wundumschlag? Habe ich nicht noch einen Mächtigen? Hier, komm. Friss mal einen Mächtigen. Es ist, äh, er hakt ein wenig. Ja, das sieht gut aus. Ich bleib mal auf der Mutti. Wobei, ne, ich muss die erstmal wieder anders kurz vom Hals schaffen. Sonst, äh, überlebt er nicht lang. So, und jetzt. Oh, Ogryn ist, oh, Ogryn ist down. Mal wieder. Da haben wir's. Das ist, äh, überlebt er. Da hat sie es dahin gerafft, da hat es sie dahin gerafft. Nach dem Tod der Mutter zerstreuten sich die Truppen der dunklen Brut und flohen zurück in die Tiefenwege. Die Überfälle auf Amaranthien kamen augenblicklich zum Erliegen. Muss ich drücken? Ah ja. Der Architekt hielt sein Wort und versammelte seine verbliebenen Jünger, um mit ihnen dem Rest seiner Art in die Tiefenwege zu folgen. Als die grauen Wächter in anderen Ländern erfuhren, dass der Architekt noch am Leben war, machten sie sich entsetzt auf die Suche nach ihm. Obwohl sie es jahrelang versuchten, ist es ihnen jedoch nicht gelungen, ihn aufzuspüren. Einige der Wächter des Orns beharrten darauf, dass das Überleben des Architekten zwangsläufig zu einer weiteren Verderbnis führen würde. Da es in den folgenden Jahren in den tiefen Wegen jedoch ruhiger war als jemals zuvor, haben sich die meisten damit abgefunden, dass alles weitere nun in den Händen des Erbauers liegt. Die Berichte über die heldenhafte Rettung Amaranthins durch die grauen Wächter bereiteten sich wie Lauffeuer aus. Als bekannt wurde, welche gewaltige Verluste die Wacht zu verzeichnen hatte, wurde das Aalto mit großzügigen Spenden aus ganz Ferelden bedacht. Innerhalb eines Jahres erstrahlte Amaranthin wieder in seinem ehemaligen Glanz. Dank des Einsatzes der Wächter für Recht und Ordnung in Amaranthin waren Marshal Aidan und seine Männer in den zermürbenden Tagen nach dem Sieg über die Dunkle Brut in der Lage, die schwer gezeichneten Überlebenden mit den Waren der Schmuggler zu versorgen. Nachdem er den Wächtern in der Schlacht um Amaranthin beigestanden hatte und daraufhin freigelassen wurde, agierte der Bote der Dunklen Brut fortan auf eigene Faust. Schon bald war die Stadt voller Berichte über eine lispelnde, verhüllte Gestalt, die Reisenden in Not beistehen würde. Gleichzeitig gab es einzelne Fälle von Infizierungen mit der Krankheit der Dunklen Brut. Allerdings brachte niemand diese beiden Geschehnisse miteinander in Verbindung. Obwohl der Krieg zahlreiche Höfe des Aaltums vor Wüste zurückließ, waren sich alle einig, dass der Schaden ohne die zu ihrem Schutz abgestellten Soldaten noch weitaus größer gewesen wäre. Die Bauern sprachen mit Ehrfurcht über den Kommandanten der Wächter und begannen sich in Fragen der Ordnung und Sicherheit dauerhaft auf die Grauen Wächter zu verlassen. Das ist schon mal ein sehr guter Schritt. Also ich finde es gut, hier werden jetzt alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, nochmal so ein bisschen beleuchtet und die Konsequenzen so ein bisschen aufgezeigt. Ich mag das. Wigils Wacht sah sich alleine einer ganzen Horde der Dunklen Brut gegenüber. Die Verteidiger der Wacht waren den Truppen der Mutter zahlenmäßig deutlich unterlegen. Und das war wahrscheinlich der Grund, dass wir so viele Soldaten abgestellt haben, dass es da einfach nicht gereicht hat. Die stabilen Mauern der Wacht hielten jedoch sämtlichen von den Ogorn geschleuderten Felsen stand und jeder einzelne ihrer mit Silberit gerüsteten Soldaten erschlug ein Dutzend der Dunklen Brut, bevor er selbst überwältigt werden konnte. So hielt die Wacht stand. Eine Nacht. Eine zweite. Eine Woche. Bevor die Horde schließlich an ihren Mauern zerbrach. Wigils Wacht erwarb sich einen nahezu legendären Ruf und die wenigen Überlebenden wurden in Liedern und Legenden unsterblich. Und damit sind alle Kommentare, die ich über die Wacht getätigt habe, hinfällig, denn offensichtlich hat die Wacht standgehalten und ist nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob das dann auf der Weltkarte ein Fehler ist oder ob das auf der Weltkarte immer so ist, dass entweder Wigils Wacht oder Amaranthien, je nachdem, was man nicht unterstützt, da als gefallen steht oder ob das hier irgendwie ein Fehler ist. Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen unlogisch. Weil man denkt, es steht ja auch da, Wigils Wacht war gefallen oder irgendwas stand halt da, wenn man drüber gefahren ist auf der Weltkarte. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Aber gut, egal. Wigils Wacht hat standgehalten und alles ist gut. Tank der ständigen Patrouillen entlang des Pilgerpfades wurde die Wacht zu einem Zentrum des Handels, das irgendwann vielleicht sogar die Stadt Amaranthien selbst an Bedeutung übertreffen könnte. Da der Wohlstand allerdings zu Intrigen und Verrat unter den Händlern und Adeligen führte, wurde die Geduld des Kommandanten in den folgenden Jahren auf eine harte Probe gestellt. Der Frieden erlaubte es den Wächtern, ihre Reihen wieder aufzufüllen, sodass Wigils Wacht schon bald eine schlagkräftige Armee beherbergte, deren Kern die grauen Wächter bildeten. Aus ihren Reihen gingen neue Helden hervor, die sich sämtlichen Bedrohungen für Amaranthien und ganz Ferelden stellen würden. Wigils Wacht wurde mit Steuern und Abgaben wieder aufgebaut, bis Waldrik Glavornak Jahre später von den Wehrgängen auf sie hinabblickte und die Verteidigungsanlagen als annehmbar bezeichnete. Das war das höchste Lob, das er menschlicher Bauweise jemals zukommen ließ. Und das aus dem Munde eines Zwerges, das soll schon was heißen. Einige Adelige behaupteten, die grauen Wächter seien an Ben Esmerals Verschwinden am Vorabend der letzten Schlacht gegen die Dunkle Brut beteiligt gewesen. Geflüsterte Verwünschungen deuten darauf hin, dass es noch immer eine Verschwörung gibt, deren Ziel es ist, die Wächter aus Amaranthien zu vertreiben. Unter den zahlreichen Legenden, die die Wacht hervorbrachte, war auch eine, die sich um die Helden des kommenden Zeitalters rankte. Sie erzählte von Ser Alec, dem Tapferen, einem Schafhürden, der Soldat wurde und einen Ritterorden ins Leben rief, der tausend Jahre Bestand haben sollte. Dworkin Glavornak entwickelte seine Lyrium-Sandsprengstoffe weiter, schied jedoch aus den Diensten der Wächter aus, nachdem ein Kunari-Söldner versucht hatte, ihn zu ermorden. Obwohl der Zwergenartillerist seine Geheimnisse mit sich nahm, sagen die Wissenden, dass er Hinweise hinterließ, damit andere seinem Weg folgen können. Die in Meister Waits einzigartige Silberit-Rüstungen gekleideten Soldaten der Wacht wurden als der Silberne Orden bekannt. Unter Anleitung der Grauen Wächter wurde der Silberne Orden zu einer der geachtetsten Armeen Fereldens und einer ewigen Erinnerung an den berühmten Kommandanten von Vigils Wacht. Nachdem sowohl Velana als auch der Architekt aus der Gegend verschwunden waren, nahm der Verkehr auf den Pilgerpfad wieder zu. Das Massaker an den Milizionären und Händlern resultierte allerdings in heftigen Feindseligkeiten zwischen den nahegelegenen menschlichen Siedlungen und vorbeiziehenden Clans der Dalish. Hierzu sei gesagt, man muss das Gebiet, das wir als erstes gemacht haben, die Schwarzmarschen, als letztes machen, um sowohl Velana als auch Sigrun für die Grauen Wächter rekrutieren zu können. Dann macht man entweder die Knochenwaldhügel oder den Vendanwald zum Schluss, kann man entweder Sigrun respektive Velana, so wie bei uns, nicht mehr für die Wächter rekrutieren. Das sei nochmal erwähnt, für die dies interessiert. Schon nach kurzer Zeit entführte und ermordete ein menschlicher Siedler ein Kind der Dalish, woraufhin sich die Clans vorerst vom Vendanwald fernhielten. Beide Seiten wissen jedoch, dass die Elfen eines Tages zurückkehren werden, um Rache zu üben. Einige Jahre nachdem Kaliroll von Dunkler Brut befreit wurde, begann Orsama Expeditionen in den Teig auszusenden, die das vor langer Zeit verlorene Wissen über die Schmiedekunst wiederfinden sollten. Haus Helmi entschied letztlich, dass Kaliroll zu wichtig sei, um es aufzugeben. Obwohl es sie unzählige Zwergenleben kostete, gelang es ihnen, die Tunnel nach Kaliroll von Dunkler Brut zu säubern und den Weg zwischen Orsama und der Festung wieder sicher zu machen. Somit eroberte Orsama Kaliroll für alle Zeiten zurück. Das ist eine gute Nachricht. Wie ich finde. Valdrick und Dworkin hielten ihr Versprechen und legten der Halle der Bewahrung in Orsama die Steintafel vor, die davon berichtete, wie die Kastenlosen von Kaliroll gegen die Dunkle Brut gekämpft hatten. Sehr schön. Auch das wird mit berücksichtigt. Die Tafel haben wir ja gefunden und abgegeben. Der Kommandant der Grauen Wächter wurde als Ehrengast zu den Feierlichkeiten im Gedenken an die Verteidiger von Kaliroll nach Orsama eingeladen. Der Bewahrer verlas die Namen der Kastenlosen von der Steintafel und leitete dann die Zeremonie, in der sie zum Stein zurückgeführt wurden, so wie es Kriegern ihres Ranges gebührte. Im Laufe der Zeit gerieten im Altum die Geschichten über Geister in den Schwarzmarschen in Vergessenheit, sodass sich langsam auch wieder Siedler in diese Gegend vorwagten. Obwohl die Skolaren davor warnten, dass der Schleier dort dünn und das Gebiet gefährlich sei, war den Leuten nur wichtig, dass die Schatten nicht länger von verängstigtem Geflüster erfüllt waren. Das Dorf wurde nach und nach wieder aufgebaut, das Anwesen der Baroness wurde zweimal neu errichtet und wieder bewohnt. Zuerst von einem reichen Händler, dann von einem orlesianischen Magier. Nachdem beide einen mysteriösen Tod gefunden hatten, wurde das Anwesen vollständig abgerissen und für alle Zeiten gemieden. Anders blieb noch einige Jahre bei den Grauen Wächtern und bildete die nächste Generation von Magiern für den Orden aus. Als jedoch der Turm des Zirkels ihn, sehr zum Unmut der Templer, bat, sie über das Wesen des Architekten aufzuklären, er öffnete Anders dem Kommandanten der Grauen Wächter, dass seine Zeit im Orden beendet sei. Er tennoch kehrte Anders nach nicht einmal zwei Monaten wieder zurück. Letztlich hatte er bei den Wächtern nicht nur ein Zuhause, sondern auch Freunde gefunden. Ach, wie schön! Als die Mauern von Wiegelswacht fielen, mussten die überlebenden Verteidiger mit ansehen, wie Velana unter den Trümmern begraben wurde. Als diese später weggeschafft wurden, war allerdings keine Leiche zu finden. Velana war einfach verschwunden. Nachdem er einige Jahre bei den Wächtern verbracht hatte, erkannte Nathaniel, dass ihm dieses Leben nicht entsprach. Er verabschiedete sich von seiner Schwester Delilah und ihrem Sohn und brach dann auf, um sein Glück zu suchen. Sein Enhefe eiferte Nathaniel nach und schloss sich später selbst den Grauen Wächtern an. Er stieg bis zum Kommandanten der Wächter auf und führte den Namen Howe zu neuem Ruhm. Ach, sehr schön. Da hat sich Nathaniel bestimmt gefreut. Ich muss mal einen Schluck trinken. Sehr viel zu lesen am Ende, wie in Origins auch schon. Obwohl Gerechtigkeit in der Schlacht um Wigilswacht heldenhaft kämpfte, gelang es der dunklen Brut noch, Christophs Körper den Kopf abzuschlagen, bevor sie endgültig besiegt wurde. Ob der Geist der Gerechtigkeit daraufhin gestorben war oder den Körper einfach nur verlassen hatte, konnte natürlich niemand mit Gewissheit sagen. Zumindest jedoch konnte Christophs Gemahlin Aura nun endlich ihren Anspruch auf die Asche ihres Mannes geltend machen. Als die dunkle Brut Wigilswacht angriff, war es Sigrun, die die Führung der Truppen übernahm. Erneut hatte sie eine Armee hinter sich und erneut gab es keinerlei Hoffnung auf Überleben. Doch dieses Mal floh Sigrun nicht. Sehr gut. Orgrin unterhielt weiterhin junge Rekruten der Wächter mit Geschichten über seine Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld und im Bett. Seine Trinkspiele brachten mindestens eine Rekrute insoweit zu erklären, sie würde lieber den Beitritt wagen, als noch einen weiteren Kelch zu leeren. So kennen wir ihn. Felsey besuchte Orgrin mehrere Male in Wigilswacht und brachte dabei meistens ihr gemeinsames Kind mit. Orgrins Unfähigkeit, sich ernsthaft zu unterhalten, zermürbte sie auf Dauer jedoch so sehr, dass ihre Besuche erst immer seltener wurden und dann vollständig aufhörten. Falls Orgrin sie oder sein Kind vermisst haben sollte, hat er dies niemals gezeigt. Ich weiß nicht, ob sich das ändert, wenn wir die persönliche Quest erfüllt hätten, das heißt, wenn Orgrin uns genug gemocht hätte. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob der Text bei Vellana ein anderer wäre, wenn sie eine graue Wächterin geworden wäre. Das wisst ihr bestimmt. Der Retter Fereldens selbst blieb nicht lange Kommandant der grauen Wächter. Die Verderbnis war endgültig besiegt und die dunkle Brut keine echte Bedrohung mehr. Somit war für ihn der Zeitpunkt gekommen, weiterzuziehen. Und damit sind wir bei den Credits. Die mega langsam durchlaufen, dem Soundtrack entsprechend, der Geschwindigkeit der Musik entsprechend. Das war Dragon Age Awakening. Ich wollte es so lange schon machen. Ich wollte es eigentlich viel früher machen und immer kamen andere Projekte dazwischen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ein Projekt aufgehört hat oder beendet wurde, eben mehr Lust auf andere Projekte. Und jetzt habe ich endlich mal gesagt, komm, bald kommt Inquisition raus, jetzt startest du mal Awakening. Und es hat sich gelohnt. Ich bin wieder voll im Dragon Age Origins Feeling drin und bin wieder daran erinnert worden, warum ich dieses Spiel so mag und wie toll es doch ist. Und wenn man ein Spiel dann ein paar Jahre nicht spielt, dann gerät sowas gerne mal in Vergessenheit. Das heißt, einem ist gar nicht mehr wirklich bewusst, wie toll das Spiel eigentlich ist und warum es so toll ist. Man weiß einfach nur noch, dass es einem gefallen hat und dass es wirklich großartig ist. Und meine Meinung hat sich natürlich nicht geändert. Das Spiel ist großartig und wird immer großartig bleiben. Da wird sich nichts dran ändern. Und es ist halt der geistige Nachfolger von Baldur's Gate und es ist ein tolles Party-RPG. Und Awakening ist meiner Meinung nach eine gut gelungene Erweiterung, ein sehr gutes Add-on, finde ich. Es gibt wieder viele Entscheidungen zu treffen. Die Auswirkungen spürt man im Spiel nicht zwingend. Aber ich denke doch, am Ende bei den Texten ändert sich dann schon so einiges, je nachdem, welche Entscheidung man getroffen hat. Und das finde ich auch schön, diese kleinen Textboxen am Ende, wo dann, wie gesagt, auf diese Entscheidung nochmal Bezug genommen wird. Und so erlebt man dann halt nochmal so ein bisschen das Add-on mit und kann nochmal durchdenken. Ah ja, das war da und das war da. Und ja, ich finde das toll. Also ich finde die Entscheidungen so zu präsentieren oder die Auswirkungen der Entscheidung, ein Ende eines Spiels so zu präsentieren, sehr gut. Ist genauso gut wie eine aussagekräftige Endsequenz oder weiß der Geier, was es noch alles für Möglichkeiten gibt. Ich finde das toll, weil man liest es und es kommen dann selber nochmal so ein paar Emotionen hoch aus eben dem Spiel und das ist großartig. Jo, viel mehr gibt es eigentlich zu Awakening nicht zu sagen. Mir hat es gefallen, mir hat es mal wieder gefallen. Mir hat es beim ersten Mal auch schon gefallen und mir hat es jetzt beim zweiten Mal gut gefallen. Damit ist das Thema Dragon Age Origins auf meinem Kanal vermutlich beendet. Ich wüsste nicht, was ich noch machen könnte. Auf die verbleibenden DLCs habe ich nicht wirklich Lust. Deswegen wird es das wohl gewesen sein. Aber Inquisition läuft ja noch und Inquisition ist auch toll und großartig. Und die Geschichte ist so gut und es macht so Spaß. Auch wenn es, man sollte es, die Leute, die das immer noch machen, man sollte es nicht mit Origins vergleichen. Es ist ein Vergleich, es ist dieser Apfel-Birnen-Vergleich. Man kann vielleicht die Geschichte vergleichen und ein bisschen die Fantasy oder die Welt vergleichen. In den Origins ging alles etwas rabiater, etwas ruppiger zu. Die Welt war einfach dreckiger, schmutziger und Inquisition ist da ein bisschen lieber geworden. Aber es ist auch eine tolle Fantasy-Welt und sie sieht wunderschön aus. Und auch das Kampfsystem, was ein dynamisches ist, ist toll. Es spielt sich super. Es gibt auch eine taktische Kamera. Eine taktische Kamera. oder Ansicht, die ist zwar meiner Meinung nach nicht so gelungen, kann einem aber an der einen oder anderen Stelle durchaus weiterhelfen. Aber das gehört hier eigentlich gar nicht hin. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil ich immer noch höre und lese, ah nee, es ist nicht so gut wie Origins. Nee. Ich würde davon Abstand nehmen, diese beiden Spiele zu vergleichen. Auch wenn sie aus demselben Hause stammen und wenn sie derselben Spielereihe angehören. Und so muss man doch, allein vom Gameplay her, sind sie nicht zu vergleichen. Das ist wie wenn ich einen Shooter, das ist wie wenn ich Call of Duty mit Fire Emblem vergleichen würde. Das hinkt halt einfach. Meiner Meinung nach. Gut. Jetzt sei euch noch gedankt, die hier fleißig bis zum Ende zugeschaut haben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, einige kannten Awakening noch nicht. Ich danke auch für rege Diskussionen in den Kommentaren, für einige nützliche Tipps in den Kommentaren. Wie immer, da seid ihr ja immer, immer viel zu haben und immer zu aufgelegt, mir zu helfen, mich zu unterstützen. Und ich bin dann auch immer gerne gewillt, dass, wenn auch mit gewisser Verzögerung, weil ich ja vorproduziere, das doch dann immer, mich der Tipps immer anzunehmen und wenn ich sie für sinnvoll erachte, auch umzusetzen. Yo. Ich würde sagen, ich lasse euch mit den Credits alleine. Die meisten schalten jetzt wahrscheinlich eh ab oder haben schon abgeschaltet, aber ich lasse die Credits jetzt einfach durchlaufen. Sage euch nochmal danke, danke, danke fürs Zuschauen und hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Und hoffe, ihr habt auch Spaß mit Assassin's Creed 2 und Dragon Age Inquisition, was auf dem Kanal aktuell läuft. Was dann, also erstmal wird es bei den beiden Projekten bleiben. Ein drittes Projekt kriege ich nicht gestemmt, das läuft nicht. Oder ich müsste irgendwie drei Projekte, aber dann irgendwie Montag eine Folge davon, Dienstag eine Folge von Projekt 2, Mittwoch eine Folge von Projekt 3. Und dann kommt man irgendwie in den Spielen auch nicht voran. Deswegen, erstmal läuft jetzt eine ganze, Dragon Age Inquisition läuft sowieso ewig lange. Das könnte Skyrim, na Skyrim Dimension weiß ich nicht, dafür habe ich es noch nicht lange genug gespielt, um es einschätzen zu können. Aber es wird auf jeden Fall, denke ich mal, länger als Origins oder kommt zumindest stark an Origins ran von der Partzahle. Könnte ich mir zumindest eine jetzt zu diesem Zeitpunkt vorstellen. Ja. Und mit diesen Worten sage ich nochmals Danke und Ciao, Ciao. Bis demnächst. Und mit diesen Worten sage ich noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Amen.